tatsache das ist turi freunde willkommen zurück zu wahrscheinlich letzten folge von froggun wie ihr sehen könnt der hut hier ist turi auch ein ähnliches ja ja eigentlich nicht ähnlich aber auch ein retro game in dieser art das ist wirklich turi das finde ich echt cool dass die du collab haben ja turi ist ein sehr gutes spiel könnt ihr euch natürlich jetzt nachdem diese folge vorbei ist dann auch anschauen auf meinem kanal jedenfalls ihr seht es oben sind auch zwei boss level und diese werden wir heute abschließen vielleicht auch noch den kompletten shop hier leer kaufen das überlege ich mir noch ob ich das mache und ja direkt angefangen mit einem einem boss rush wo wir wahrscheinlich dann auch wie hier alles steht alles machen müssen no death speedrun alles mögliche ich hoffe es funktioniert im first try wie wird das dann hier ablaufen also ich habe ja alle beste sowieso schon mal machen müssen speedrun noch der aber hat einzeln natürlich ich hoffe es ist nicht so schwer das ganze mal einfach nur alle böse wie immer die die man erkennt ich muss ich muss wieder rein fuchsen das game wird schon eine weile her aber genau der erste muss man einfach nur ein bisschen drauf hauen mit dem fliegen wenn es geht das war es das war es genau soll ich sage euch hier den first try und falls ich im first try verkackert dann den best try also nur dass ihr bescheid wirst aber bisher läuft doch richtig gut und das war schon perfekt der kumpel kommt mit hör was nimmst los das ist ein level oh mein gott ernsthaft ich muss hier noch sachen sammeln währenddessen nein den könnt ihr nicht bringen freunde und jetzt naja verdammt ist aber ich kann noch mal abhauen außer kleck gegen die wand und macht den dvd logo aber nie macht er nicht jetzt macht er die dinger dann dreht er sich selber glaube ich noch mal ne macht das wieder klappt 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 ich bin hier sicher wow knappes ding okay aber es ist ein großer vorteil dass ich mich noch an alle besser erinnern können nur ist es gerade so ein stress alles auf einmal so aber war das nur der erste boss gerade oder sind zufällig alle böse ein bisschen verschwächter worden weil der andere gerade der war ja richtig schnell schon dauern müssen zu schnell oder vielleicht war auch so schlecht der erste boss ich weiß nicht wirklich sicher aber es wäre cool wenn ihr dafür bisschen schwächer wären dafür dass wir alle auf einmal machen müssen würde mich freuen so ich glaube das ist jetzt vorbei oder macht noch kurz eine tornados der erste treffer der erste treffer wir haben noch genug leben das sollte noch ausreichen zack tot okay ich habe wirklich nicht auf geachtet für ihr leben da hat ne aber die ist hier was also wenn da was war dann habe ich verpasst dann habe ich noch was übrigens ein sehr guter tipp hier in diesem kampf diese stachel machen gar kein damage nur die vorderste stachel eiszapfen der vorderste eiszapfen der macht schaden die anderen alle nicht sie haben wirklich nur so einen kleinen moment für die schaden machen das kann einfach durchlaufen ist halt sehr vorteilhaft und auch gutes knowledge weil es das nicht merkt ich versuche gerade eher den speedrun schon zu schaffen weil der sowieso schwieriger ist 100 prozent zusammen kann ich dann eben reinsteigen ich glaube der boss kann man nämlich am meisten angst habe ist der hier nach dieser feuer motto und was war das noch und der endboss der final boss vor denen beiden habe ich am meisten angst da hinten kann ich schon mal gleich eben nachschauen da hinten waren wir gerade aber ich sehe da hinten eigentlich nichts was wir nicht eingesammelt haben es gibt so viele münzen sehe ich gerade was zur hölle einfach im kreisrennen theoretisch wird niemals getroffen also es ist eigentlich viel einfacher als es aussieht da kommt noch stacheln von den seiten oder ist das vorbei vielleicht auch schon vorbei komm 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 schade schade ich schlimm down ja weiter 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 geht's nix daraus immer alles skippen ich weiß gar nicht ob ich es geben muss wow das war richtig schlecht aber ich bin trotzdem wieder ausgewischen ich weiß gar nicht ob dir was neues sagen falls ich das hier gleich ein zweites mal machen sollte da kann ich euch die texte einblenden falls sie was neues sagen ich habe vergessen was er macht Mist 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 äh das ding auf ihn schie- ah ne so als ob der mich zwar mal getroffen hat jetzt also ich hab da hinten noch ein Emerald gesehen mach 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 nein sehr schlecht sehr schlecht ich habe eine Probe mit diesem Boss vor allem wenn ich die grad nicht auswendig weiß aber mit Turi auf meiner Seite schaff ich's das ist schon mein Hut mein Charakter was macht er jetzt nochmal der Straumtag dann fliegen die Dinger runter dann muss ich mich hinter einem verstecken hoffen dass er nicht zur Kacke fliegt perfekt hab nur zwei Leben glaube ich oder der verarscht mich aber gleich nochmal mit richtig schweren Angriffen muss ich ready für sein da mach gleich nicht so ein Feuerding sondern so richtig schnell wie am Anfang des Kampfes da bin ich sehr oft gestorben glaube ich aufpassen denn das ist doof wenn wir davon stärken ich will auf jeden Fall No Dev schon mal hinter mich kriegen das ist auch nur etwas was ich jetzt vorhabe selbst wenn ich das wenn das heißt ich sammle ja grad nicht alles ein den Rest kann ich euch wie gesagt noch einblenden ok perfekt tot 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 ein Boss noch und dann kommt Final Boss glaube ich was was passiert denn hier ok cool uns fehlt noch ein Secret Room und ganz viele Münzen so Spider das ist sogar Sound das das geht voll das geht voll das geht voll jetzt dreht sich wieder um das geht das geht das geht das geht was machst du jetzt nochmal was soll das Ding einfach im Kreis rennen und dann fällt es runter und dann können wir es aufheben und dann können wir es gegen sie schmeißen bam erstes Leben perfekt 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 na das ist größer die Attacke die so schnell ist na okay es geht eigentlich so schnell ist es jetzt auch ja das super einfach auszuweichen eigentlich ist es so gedacht dass man da drinnen bleibt in der Attacke und dann halt links und rechts ausweichen muss aber man kann es halt so schnell ausweichen ich weiß nicht was sie sich nicht drüber gedacht haben aber das scheint wohl gewollt zu sein dass man das kann keine Ahnung so bam zwei Leben oh nein die haben doch alle ganze mal ihre Lebensanzeige wie immer also ist nicht einfach gemacht worden oder so wieviel jetzt habe ich jetzt insgesamt getankt vier oder ich glaube ich muss das ganze Boss hast du bisher viermal getroffen oder so es wäre cool wenn nicht unter acht mal getroffen werden würde aber ich glaube es nicht das kommt feuer ne ich glaube es kommt feuer und dann wird sie aber auch noch nicht oder gleich da kann das nicht vielleicht ist das falsche Minderung bam da hat es falsche Minderung na gut hey woho so hier ist direkt der das ist geil wir haben alles wir haben alles wir haben alles safe 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 weiter 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 ich denke wir müssen unter 10 minuten oder so haben okay final boss final boss okay okay was macht er was macht er nochmal oh gott okay nicht sterben ich habe vergessen dass er das macht wow 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 äh 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 zu ihm schieben zu ihm schieben zack okay erster treffer 1 von 4 oder waren es 4? warum? muss mich leider konzentrieren aber mal am tustellen bei dem Boss ich hoffe auß das ist verständlich ich hoffe das ist verständig jetzt ja jetzt jetzt ja ja nein nix non speyer Ye ich habe nur noch 4 leben das überhaupt nicht gut ne das ist es gar nicht ja da ist klar nochmal Feuer Feuer perfekt perfektпаfekt welche optimistic es istughter komm her kam her komm her ok hälfte hälfte zwei gegen vier ich hasse diese attacke so sehr mit dem ich kann es überhaupt nicht deshalb sterbe ich jetzt auch gleich deswegen und das nur weil der final boss so kompliziert war haben die dinge sind so kacke es gibt uns das aber das haben wir gerade schon gesehen ja so soll man das eigentlich machen so soll man es eigentlich machen falls es gesehen habt so und zweiter wieder ok also ja ich werde nur der nachholen aber auf screen das muss ich euch nicht zeigen tue ich euch nicht an ich habe noch genug leben das macht er jetzt ja wie soll ich da nicht so schnell hinkommen toll ja ok es hat mich trotzdem richtig dumm und gleich wieder tot das war's das war's gleich in dem abziehen geht doch so und dann kommt sein grande finale dann special jetzt kommt das noch mal alles zusammen und so geht das geht das geht ja 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 noch mal dash noch mal dash oder was feuer wurde sehr sehr eng aus noch drei leben das war's da habe ich da eine phase übersprung im kopf kommt noch eine tatsache der extra phase noch ein extra leben habe ich voll vergessen dabei habe ich den kopf doch zuletzt gemacht eigentlich müsste ich doch eigentlich alles wissen das was noch mal kommt wusste ich eigentlich ok ich hatte gerade angst dass er in der wand stack ist weil das hatten wir schon mal dann war der kampf komplett broken und dann musste ich die ganze phase neu machen glücklicherweise war das jetzt nicht der fall okay perfekt feuer gutes laser hier ist wieder eine pass eigentlich soll man da auch drinnen stark sein genau aber ist halt easy auszuweichen keine ahnung wie das funktioniert ich verstehe diese phase immer noch nicht ich kann es euch nicht sagen ja ich bin jetzt fast tot nein beim letzten nein beim letzten leben junge ist das war das ist nicht dein ernst nein ja ich gebe euch den kompletten bosskampf natürlich ist ja dumm ist ja mega dumm was haben sie sich denn dabei gedacht gar nichts oh man soll eigentlich hier alles glätten zerstören so soll es eigentlich funktionieren aber übrigens unter zehn minuten kann ich kann ich wirklich sein ich bin jetzt bei knapp 11 30 keine ahnung fragt mich nicht das kann nicht sein also das muss eigentlich schon das bild von zählen tut es auch gott sei dank ja das 1 was ich jetzt noch machen muss ist das gleiche nur ohne einen einzigen tod bisschen ärgerlich sehr ärgerlich eigentlich aber na gut gladiator denn wir haben den boss ausgeschafft ja ich ich hole das eben ab das müsst ihr euch nicht geben ich glaube der dritte versuch oder so war das hier bei den ersten beiden bösen irgendwie also ich sage es mal so bei einem mal bin ich auf der europa gestorben nicht wegen dem müssen ich habe mich gerade falsch im kopf gehabt ist ja auch egal jetzt habe ich es geschafft und für die leute die sich wundern was die dialoge sind die haben keine dialoge es gibt einfach sofort zum kampf so ein einziges level scheint es wohl noch zu geben Nein, oder? Brutal Rush Was kann ich mir hier noch vorstellen? Die neuen Bösse? In dem Boss Rush? Oder ist es das? Was ist das hier? This part of the temple, please stay away from this door Neue Musik, neue Bosskämpfe, oh nein, wir müssen gegen alle Bösse noch mal kämpfen jetzt Aber in viel schwieriger Kriegt ihr denn trotzdem noch Checkpoints zum heilen nach ihrem Kampf? Dann würde ich es ausprobieren Wenn nein, dann nein Warte, aber der originale Kampf hatte nur zwei Leben Vielleicht hat er auch nur zwei Leben Vielleicht Glück gehabt? Bro Unlucky Ich glaube, da habe ich sogar noch mal Wegen halt Speedrun und so Aber ja, hier liegt alles auf dem Weg, ne Ne, hier liegt nicht alles auf dem Weg Die Emeralds liegen hier nicht Keine Ahnung, wo die sind, Mann Keine Ahnung, ey Oh, Bro Muss das sein? Brutal Rush Ah, geil Okay Bisher geht der erste Boss ja noch Muss halt einfach nur Mehr springen Und halt mehr auf den Boden achten Das war's Sonst ist es der gleiche Bosskampf Wie eh und je Was hat da keine Schockbälle gemacht? Da würde man es am meisten erwarten, oder? Okay, das war's Der ist down, der ist down, der ist down Okay, wir gehen direkt straight zum nächsten Boss Kein Checkpoint Vielleicht kriegt man auch nach jedem zweiten, dritten Boss ein Checkpoint Aber ich finde die Designs lustig jetzt von den neuen Bössen Oder den neuen Versionen der Bössen Okay Oh, er ist richtig schnell jetzt Oh, er ist so fast, Bro He gotta go fast Noch ein drittes Mal jetzt? Wird's ihm zutrauen Ne, okay Gut, 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 gut Der Boss hier hatte, glaube ich Eigentlich auch nur zwei Leben Glaub ich War noch ein sehr, sehr langer Boss Richtig? Halt's richtig im Kopf? Komm, mach Ich glaube sogar mal ein Bosslosch hat ein manchen Bössen Sogar eine einfachere Phase Also Sprich, die hatten nicht Äh Vier Leben, sondern drei Leben Vielleicht habt ihr es gemerkt Bei meinem Game hier vorhin Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern Ich weiß auch nicht warum Das ist so schwierig für mich Okay Das Einzige, was sich geändert hat Ist, dass die Das, dass der jetzt Während er die Tornados macht Noch mal ein drittes Mal rennt Das war's Die Tornados sind halt diesmal gut platziert Was machen wir denn jetzt? Ja, okay, gut Ich glaube, das ist ja danach down Ich glaube, da gibt's ja nicht noch mehr Leben Wir werden's aber sehen Ja, der ist down Okay, perfekt, perfekt, perfekt Es läuft gut, es läuft gut Oh mein Gott, die ist noch eine Passage Okay, ich verstehe Ich verstehe Boing Boing Pfff, Alter Okay Einen Emerald haben wir Es gibt ja irgendwann noch einen zweiten versteckt Aber erstmal der dritte Boss Wie siehst du aus, Eule? Oh man, die Eule sieht cool aus Die sind alle so B-Side-Designs, ne? Okay, da hinten seh's Da hinten seh's Da hinten seh's Nein Habe ich's verpasst? Ne, da komm ich als nächstes hin Das ist das, wo ich danach entkomme Okay Nach dem Boss kann ich also die nächsten Emerald holen Verstehe Was hat sich bei dir geändert? Oh nein, Eule Ich kann nur raten, ich weiß es nicht Wahrscheinlich die anderen Phasen Also die erste Fall war jetzt kaum anders Ich habe jetzt keine große Änderung gemerkt Vielleicht war ich so schneller, keine Ahnung Sonst war da aber nix Sonst war da aber nix Sieg ist cool So schade, dass die nur hier spielt, ne? Aua Die war zu weit weg, deshalb hab ich das mit dem Kreistren nicht machen können Passt aber Ich hab noch genug Leben im Moment Okay, die Eislappen kommen Das Es kam Es kam, was kam? Es kam, was kam? Es kam, was kam? Es kam, was kam? Es kam, was kam Nix Mist Ja, das ist auch noch nicht geklappt Ich glaube, ich hab mich falsch angelisch gestellt Ich hab mich wahrscheinlich nicht richtig im Kreis gedreht Komm nach oben, nach oben, nach oben, bam, bam. Schade. Man, ich hatte ein-, zweimal das Glück, dass... Ja, toll. Geil. Alter, war das Glück, dass er mich direkt nach oben geschossen hat. Aber das scheint wohl sehr selten zu sein, in der Regel. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen schneller. So einen kleinen Dicken. Nochmal. Okay. Ach komm, als ob. Hälfte bei dem Boss. Wie schaffe ich das? Wie habe ich das gemacht? Das ist absolut schlecht. Das ist übelst schlecht. Und da hatte ich gerade Lack. Und wie oft willst du das noch machen? Dass ich mich da so treffen lassen habe, ist einfach erbärmlich. Von meiner Seite aus. Das ist einfach traurig, wie ich mich da so treffen lassen habe. Der Boss ist eigentlich fast der Exakt der Gleiche. Das ist jetzt von allen Bösten, würde ich sagen, am wenigsten verändert. Ganz ehrlich. So, fertig. Gut, gut, gut. Hälfte haben wir, Hälfte haben wir. Oh Gott. Nein. Keine Heilung, 4 Leben. Aber das Design ist geil. Ich bin kurz leise für diesen Part. Also, immer wenn der dasht, habe ich kurz leise. Ich muss mich da richtig konzentrieren. Okay. Nein. Hast du das schwieriger gemacht? Weiß ich nicht. Okay. Perfekt, perfekt, perfekt. Eins. Eins von vier? Hä? Das ist anders. Der verarscht mich jetzt mehr, oder? Der verarscht mich doch. Ja, tut er auch. Der verarscht mich aber richtig. Ach du Heilige. Aber nach dem Boss ist es ein Checkpoint. Den brauche ich. Den brauche ich so doll. Oh mein Gott. Das wäre sogar, wenn wir das für Stryle schaffen würden, diesen Brutal Rush. Aber ich weiß nicht, Boss Rush direkt neben Brutal Rush? Ich hätte Boss Rush als allererstes Level gemacht, glaube ich, dieser Welt. Und dann Brutal Rush als Endboss. Wisst ihr, was ich meine? Nein, wir haben mal zwei. Was macht er? Was macht er? Was macht er? Woher geht er lang? Okay. Langsam. 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 Schnell. Alter, ich bin gesprungen. Scheiße. Ich glaube, ich bin da sogar noch mal, wenn ich Game Over gehe. Ich möchte das hier bloß nicht ein zweites Mal machen. Deshalb mache ich's ein zweites Mal. Ich weiß, dass es decisiont kann. Okay. Ooh. Nein. So, ich muss mich hier nur konzentrieren. Er fliegt schneller als in seiner normalen Form, wenn er so diesen Dash macht, diesen einen. So, Moment. So, komm her, komm her, komm her. Genau, wenn er den macht. Das ist schneller als in seiner normalen Form. So, einen Hit. Genau, das ist gut. Ich bin einfach immer direkt davon ausgeht, dass er diesen Dings macht und dann einfach in der Luft meine Frog... was? Hab ich das getroffen? Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Ich kann nur noch 4 leben. Ich kann nur noch 4 leben. So, leider weiß ich nicht mehr, was er danach macht. Ich weiß also nicht mehr alles auswendig. Okay, aber ich kann mir zumindest den zweiten Hit verteilen. wenn ich die Box finde. Hier, die Box. Bam. Zwei Hits. Wie viel hat er? Vier? Ich glaub vier. Hm. Okay, das hat er langsamer dafür gebraucht. Wird so länger dafür gebraucht. Wird so länger dafür gebraucht. Wird so länger dafür gebraucht. Wird so langsamer. Ja, okay. Jetzt wird er schnell. Aber er macht jetzt schon das hier? Okay. Ist doch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Wenn wir davon ausgehen, dass er noch 2 Leben hat. Ich habe ja noch die Hälfte meiner Leben. Er hat die Hälfte seiner Leben. Mhm. 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 Wow. Okay. Genau, genau. Perfekt, perfekt. Das war knapp. Ich wäre fast daneben gesprungen, leider. Okay. Okay. Woher fiegt hier hin? Warum fiegt er hier hin? Komm, Kumpel. Bam. Ah, der ist schon tot. Hat nur 3 Leben. Oder habe ich ihn viertes Mal? Ich hoffe nicht. Wollen wir ihn hier machen? Bitte, no death. Bitte. Nein. Als ob mich das getroffen hat. Okay, sorry. Ich muss nochmal zurück. Ich glaube, dafür verkacke ich jetzt Speedrun, oder? Ich glaube, dafür verkacke ich jetzt Speedrun, oder? Weil das jetzt so lange dauert. Das kann leider sein. Der hat mich getankt. Gehittet? Oh man. Zwei Hits? Wie? Wie habe ich zwei Hits jetzt getankt? Was zur Hölle? Ja, okay. Ganz ehrlich. Das sieht cool aus. Aber ganz ehrlich. Ich glaube, ich muss es ausgenommen neu machen. Also den Speedrun, oder den no death, oder beide sogar. Bin ich pechert. Interessant immer. Okay, jetzt kommt der Angriff. Mhm. Haben die weniger Leben? Ich glaube schon, dass sie ein Leben weniger haben. Also die Beste, die normalerweise vier Leben haben. Haben jetzt drei. Aber das war doch gerade so, oder? Ich meine schon. Hm? Immer weiter außen stehen. Da hat man nämlich genug Reaktionszeit. Da ist hier der Trick. So, perfekt, perfekt. Ja, diese Spinne habe ich eigentlich drauf. Die ist für mich eigentlich nicht so ein wirkliches Problem. So, zwei Hits. Genau. Wer jetzt beim nächsten Tod ist, dann bedeutet das auf jeden Fall, dass sie alle ein bisschen vereinfacht wurden, glaube ich. Oder was heißt vereinfacht wurden halt. Dass denen halt ein bisschen Leben abgezogen wurde. Ja, 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 ja. Mach dein Ding, mach dein Ding. Komm, greif mich an. Das ist der Blitz. Das ist kein Angriff. Ah, Mist, das habe ich nicht kommen sehen. Ja, jetzt sieht es sehr schlecht aus für den Final Boss Kampf. Oh Gott. Da komm, reicht jetzt. Bist du jetzt down? Nee. Der hat doch vier Leben. Ich schwöre, die achte gerade nur drei Leben, diese Feuermotto. Oder was ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ist das mal fertig? Ah, okay, das ist jetzt noch. Und dann ist sie fertig. Glaub ich. Komm, drehe mal um, drehe mal um. Danke, Kumpel. Was kommt jetzt nochmal? Ach, jetzt sofort das auch alles auf einmal. Ja, okay. Ist in Ordnung. Geh schnell vorbei dann. So, bam. Ich kriege tatsächlich keinen weiteren Safe mehr. Ich muss mit den fünf Leben jetzt das hier machen. Okay, ich bin jetzt leise, weil vor allem dieser Angriff kann ich überhaupt nicht. Hm? 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 Ich will auf keinen Fall jetzt noch sterben. Auf keinen Fall. Ich bin schon zehn Minuten drin in diesem Bosskampf. Also wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich aber traurig, du. Bam. Ein Treffer von fünf. Wir erinnern uns. Das ist genauso viel Leben, wie wir jetzt gerade haben. Also, wer sagt, das ist nicht fair? Also, das ist ja das allererfährste von allem. Secret Final Boss mehr oder weniger ist das. Oh nein, das ist schlecht. Bitte geh nicht ganz durch. Danke. Nochmal. Okay, kein Problem. Okay. Das habe ich zumindest gut gemacht. Das habe ich jetzt auch mehr oder weniger raus, diese Phase. What? 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 Ich habe keine Ahnung, wie ich dem ausgewischt bin. Was zur Hölle? Als ob du da auch nochmal schießt. Oh mein Gott. Kamera bitte. Kamera bitte. Okay, zwei von fünf. Zwei von fünf. Wir haben noch alle fünf. Oh nein. Ah. Okay. Okay. Ah. Boing. Boing. Das Gute ist, theoretisch könnte ich das Ganze auch... Oh. 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 Ich habe das von mir vergessen. Weil ich das immer vergesse. Jedes einzelne Mal. Ich habe immer Angst, dass ich mich das trotzdem trifft. Bei manchmal ist das wirklich so. Was genug jetzt? Ne. Einmal im Kreis. Einmal im Kreis drehen. Einmal im Kreis drehen. Einmal im Kreis drehen. Ist es vorbei? Ist es vorbei? Ja? 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 Okay. Wir haben nur einen Treffer bisher getankt. Das ist voll fein. Das ist voll fein. Wir haben noch vier Leben. Das ist richtig gut. Drei von fünf Hits. Drei von fünf. Das ist... Sehr nice. Was macht ihr jetzt nochmal? Ach das... Ja, okay. Das geht voll. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt einfach nochmal schießen, oder? Nochmal Bunking, Bunking, oder? Ja. Ja. Übertreib ein Komplett! Oh mein Gott, ich habe nur zwei Leben! Oh mein Gott, ich habe nur zwei Leben! Oh mein Gott, ich habe nur zwei Leben! Das ist gerade alles in den Müll geworfen worden. Das ist das spannendste Finale ever. Ich hätte nur noch ein Hits. Ein Leben hatte und noch zwei. Jo, was ist das für ein blöder Effekt gerade gewesen? Ich habe nichts gesehen dadurch. Hm. Machst du jetzt nochmal? Ach so. Die Skeleton-Heads. Da muss man sich einfach nur an den rüber schmeißen lassen. Das war's. Nochmal! Zweimal hintereinander! Das hat sie beim normalen Kampf nicht gemacht. Oh, Glück gehabt! Oh, noch ein drittes Mal! Alter! Übertreib halt! Oh mein Gott! Ist das vorbei? Es ist vorbei! Es ist vorbei! Oh mein Gott! Wehe, das zählt nicht als Speedrun! Wehe! Spiele! Wages dich, Spiel! Wages dich! Ich zitter gerade. Ich habe gerade richtig Angst. Ja! 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 Yippie! 100%! Juhu! Duelist und Completionist! Wir haben alle Emblems. Aber warum haben wir nur 98%? Was soll das denn bedeuten hier? Hä? Achso! Ich glaube ich weiß von wo die A nach 88% kommen. Weil wir nicht alles im Store gekauft haben. Hier im Store. Es gibt ja noch ganz viele Hüte. Also nicht wirklich viele, aber... Hier seht ihr ja, es gibt noch ein paar Hüte, die man sich holen kann. Und natürlich komplett alles an Gallery. Ich kann euch sagen, ich werde es auf jeden Fall nicht machen. Zumindest nicht jetzt in dieser Folge. Vielleicht mache ich auch mal eine Bonus-Folge oder so. Aber ich mache das jetzt nicht heute. Wenn überhaupt. Weil das ist einfach... Also ihr seht ja, ein so ein Ding zum Beispiel kostet dann 500. Die wenigsten Level haben überhaupt 500 Münzen in sich. Und das würde ja bedeuten, ich musste irgendein Level raussuchen, wo ich denke, hier kann ich gut und schnell Münzen sammeln. Weil das ein einfaches Level ist oder so. Weiß nicht, Erste Welt oder so, keine Ahnung. Und dann das 500 Mal machen. Also nein, das ist jetzt übertrieben. Aber trotzdem so 50 Mal machen. Mindestens. Schaut doch mal, wie viele 500 kosten. Schaut euch das an. Kein Wunder, dass das Spiel kaum 100% Completionists hat. Weil das seltenste Ercheidment ist natürlich, alle Gallery Bilder zu haben. Und ich meine, naja. Da holt man sich natürlich lieber einen Hut für Cosmetics als ein Bild bei der Gallery. Ähm. Ja. Das war's dann erstmal von Froggun. Es soll ja wie gesagt bald ein Nachfolger kommen zu Froggun. Den werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Ansonsten, falls ihr noch nicht gesättigt seid und euch auch noch irgendwas anschauen wollt. Dann schaut euch noch zum Beispiel Spiele an wie Torii. So. Das war's jetzt mal mit mir. Wir sehen uns beim nächsten Indie-Game. Bis dahin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.